verstrahlte grüße meine lieben ödländer herzlich willkommen zurück heute machen wir mal unsere wunderschönen quest wollen wir erst mal ja nicht mal den da augummi abgeschlossen vor kriegs nach da kann man doch alles wieder hier und mein geburtstag wo sind unsere bonbons perfekt haben wir das auch schon mal wo man mir könnte doch eigentlich ja seitdem der neue patch raus ist spinnt hier mal wieder alles rum ich habe keine anzeigen hier mehr keine ahnung was schon wieder los ist wenn ich in die wenn ich challenge machen will dann muss ich jedes mal jetzt hier reingehen und gucken was man kann man noch machen und blablabla war ist nervig wieder zurzeit ja ja bildpflanzen oder pilze okay das ist auch kein problem haben wir hören pilze und ich jetzt eigentlich kurzzeit gedächtnis lässt mich wieder entstehen ach nee das sind angepflanzt ich brauche wildpflanzen sie ob sie war da mal deshalb mit pflanze sehe ich jetzt wieder nicht ich habe hier hinten so einen fetten garten also von daher es sind und dann haben wir hier einfach mal wegen was rein die leute die würden sich bestimmt weinen ab wo wir können da hinten noch mal gucken mal was für die gemeinschaft tun ja da ist auch eben dann haben wir hier noch was noch mal hier noch was es gibt ja sag ich auch immer brahmin fleisch der weiße zauberer obama da kann man mal auf ein alles rein da auch nicht ja schneller 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 Okidoki. So. Nächste Haltestation. Dolly. Schau mal, da ist er doch schon. Ey, Meister Petz. Danke. Lass mal Kartusche und den ganzen Rotz nehmen wir mit. Oh, was haben wir denn noch? Hirnpilz, sagen wir, sammeln. Hütte einen festlichen Verbrannten. Stell dir Munition her. Beschaffe verbrenntes Buch. Kaufe was von einem Spieler. Okidoki. Ja, dann gucken wir uns doch mal die wunderbaren Camps unserer Mitspielern mal an. Und dann sehen wir mal, ob sie was gescheites haben oder nicht. So. Wo soll er denn? Ach. Wenn der schon wieder diese eklige Musik anhat, ich kann sie nicht hören, ey. Unverarbeitet, Dünger, nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, warum man immer wieder diese hässliche Musik nehmen muss. Ich weiß nicht, warum man immer wieder diese Hässliche Musik nehmen muss. Ich weiß nicht, warum ich die auch was gescheitert habe. Nimm mal einfach mal mit. Das ist eine Erforschung, nimm auch mal mit. Dass der Kerl mal ein bisschen Geld verdient, weiß. Der Herr. Was klopft du hier das Sägewerk? Bist du doof? Sägeblatt meine ich. Ich kann das Gedudel nicht mehr hören. So. Ähm. Kann man hier bei wöchentlich? Stell Wurfwaffen her. Verkaufe das Rippchen. Okay. Verwerte Schrott. Oh Mann, das könnte man eigentlich alles hier machen. Ähm. Oh Gott sei Dank. Ich hab jetzt schon gedacht. Ich hoffe, ich war jetzt nicht gleich weggelebt. Junge, hab ich einen Zacken in der Krone. Weiße Öl. Turbo. Oh. Honig. Warten der. Hä? Warten der ist einen komischen Grill. Handel und Schwerkraft halten die Welt am Lauf. Sollte es beides zu schätzen wissen. Da war der Strom abgestellt. Oh Mann. Hochleistungsmagnet nehmen wir mal mit. Äh. Der kein Grill. Nichts da? Ja gut, dann machen wir es halt auch die altbewährte Art. Müssen wir erstmal raus aus der blöden Zone hier so zack. Wir müssen erstmal so ein Rippchen herstellen. Ja, machen wir noch Kuh. Was? Habe ich nicht? Was fehlt mir? Hier. Ach das Fleisch. Hm, okay. Ja, voll. Abgeschlossen. Okay. Hirnpilze. Gehen wir doch einfach mal zur verlassenen Müll-Debuny. Habe ich gesagt. Gibt es bestimmt ein paar Hirnpilze. Und Fleisch. Fleisch. Das ist gute alte Fleisch. Ja, ich weiß. Es gibt bessere... Bessere Orte für Hirnpilze. Guck mal. Ah, nicht super-duber. Schnorrer? Schnorrer war das. Oh, hinpilze hätten wir auch. Noch eins zu früh. Hier, so zack, raus wieder. Weil eigentlich brauchen wir ja gar nicht raus. Was haben wir denn noch? Meierlöx müssen wir töten. Beschaffen verbranntes Buch. Und töte festliche... Verbranntes Buch. Und mal verbranntes Buch. Da weiß ich, wo wir hingehen. Nach Summerwell. Abflug. Wollte ich gerade sagen, warum läufst du nicht? Wer will, wer möchte, wer hat noch nicht. Hey, Dickerchen. Guck mal mal. Was ne? Ne Lüböne, ne Lüböne. Oh, warte mal, Abo-Boot. Mitnehmen. War hier noch irgendwas? Okay. Wann haben wir noch? Was haben wir noch? Werkbank. Das tauschen wir einfach mal aus. Nun kann ich dich nicht austauschen. Hä? Was ist jetzt hier schon wieder verkehrt? Okay, kann ich nicht austauschen. Ich stelle Munition her, okay. Ein Invent, wenn du in einem Team bist. Halt. Falsche Taste. Ein Event. Ah. Ah. Was soll man hier? Maulwurstraten? Ne. Ist gesucht. Man sagt, ich drücke drauf und es ist weg. Mich verarschen. Dieses Spiel manchmal, ey. Verwärtsschrott, um Knochen herzustellen. Okay. Töte menschliche Gegner. Oh, menschliche Gegner. Kein Problem. Auf zum Schweinestall. Oh, da hat jemand eine Atomrakete gestartet. Ahem. Ahem. Ahem, ahem, ahem. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Begründung. nichts raketen werfen genauso nicht ja ich habe schon mal eine kugel abgekommen ab bg kommen ab scheiße ich kann nicht mehr reden wollte er jetzt von mir die killbox rein in die killbox wirsten scheiße ist wie erst mal was wollte er noch noch das muss rezept mitnehmen ähnliche studie jedes mal er geht mir so auf die nerven plasma kartusche noch ein technisch wenn man hier wahrscheinlich nichts müsste ich in die eine höhle war schlecht sein und rat mal wo so gut rennen doch gut rennen doch vorne cool ich glaube ich muss die map updaten selbst da wird es mir mal mehr richtig angezeigt ratzum es gemacht jetzt den raketenwerfer typen da oben auch der ist ja schon toll so seid ihr eigentlich schon tot nachher ja also schon tot gemalt daran ganz einfach und im nächsten video überlege ich mir was man als nächstes machen und meine waffe schon wieder kaputt ja alter schießt damit raketen war auch mich ich glaube der hat die ganze viele rollo wir gehen da rein so wir sollten eigentlich auch noch genug rumlaufen eine schale er kann ich nicht mitnehmen will er nicht ein problem naja von hinten klein schweinchen grubenhauer aber sonst noch irgendwas auf das ding großkabo herzen und 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 hier lassen wir grad duschen ok na dann ladies nicht ladies meine lieben ödländer dann bedanke ich mich für zugucken wir sehen uns in der nächsten folge wieder da werden wir mal ein bisschen was anderes machen mal schauen was man so an quest noch haben und in diesem sinne denkt ans leiden kommentieren abonnieren glocke nicht vergessen und lasst euch nicht so viel ärgern genießt den sommer und bis dahin haut rein und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017